Die Bremse ist steif. Die Gangschaltung ist steif. Alles eingefroren hier. Die Gangschaltung ist steif. Die Gangschaltung ist in München. Die Gangschaltung ist in München. Die Stärken sind in München. Keine Haarenden, die Stärken der ganzen Fläden sind. Wenn du keinen Park fireplace findest, fahren wir direkt zur Schoko. So, dann werde ich ja gar nicht mehr fertig. Aber das ist schon nicht die Einfahrt. Oder nicht? Nee, also da ist nichts frei. Und der, der da jetzt frei ist, der ist direkt wieder bewusst. Das heißt, wenn die sagen, ich hätte kein Elektrofahrzeug, sage ich doch. Und benutze den Anlasser, um mein Auto zwei Meter vorwärts zu machen. Gut, mach die jetzt doch. Alright. Und dann direkt im absoluten Halteverbot, ja, ja, ne? Und da will der jetzt rein, natürlich. Sau praktisch. Kann ich die Kamera kurz drehen, damit man das sieht? Nee, kann man leider nicht drehen. Also, der steht jetzt da links im Ab und der Rote, der hier links ist, der möchte da reinfahren. Oh, schön. Ist nicht ohne Grund, absolutes Halteverbot. Was ist denn hier los? Ja, das war jetzt mein Fehler. Ich dachte, die Linie auf dem Boden, weil die Linien quasi von vorne und dran gingen, dachte ich, dass die für mich gelten. Aber wenn man sich das kurz überlegt, dann gelten die für den Gegenverkehr, dass der da hält. Weiter. Da war so eine Haltelinie in der Mitte. Ja, ist klar. Die Linien gingen aber in beide Richtungen weiter. Ja. 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 Das ist die engste Stelle, wo du dich gerade hingestellt hast. Meine Güte!